Also für mich war die Lehre eine super Entscheidung. Ich habe einfach gelernt, selbstständig zu werden, selber zu arbeiten, habe dann auch in dem nur eine eigene Wohnung dazu bekommen. Das war einfach für mich der Schritt in die Selbstständigkeit. Man kann seine Träume verwirklichen, eventuell ins Ausland gehen, wenn man das immer schon wollte oder aufs Schiff oder man trifft einfach neue Leute, man hat Möglichkeiten in verschiedene Betriebe zu arbeiten, vor allem weil Gastronomie ist einfach sehr gefragt. Wenn jetzt allein ich ein Lehrling kommt, dann bin ich meistens dafür verantwortlich, weil ich auch hier gelernt habe und ich schaue einfach, man lernt die Person kennen. Man wird einfach ein Team, sage ich mal, die Person wird aufgenommen ins Team und falls es Fragen gibt, dann lösen wir die gemeinsam und wir begleiten den Lehrling durch die Lehre. Vielleicht einmal eine Führungsposition einnehmen oder vielleicht selbst einmal ein Hotel eröffnen. Man weiß es nie. Es steht alles offen.